Das größte Kampfsport-Event Österreichs ist zurück. Am 20. Januar 2018 wird bei der Athelbrows Cage Fight Series Geschichte beschrieben. Der ehemalige UFC Heavyweight Champion Rico Rodriguez trifft auf Österreichs erfolgreichsten Schwergewichtskämpfer Nandor Guilmino, der seinen Abschiedskampf bestreitet. Der ehemalige Champion René Wollinger kämpft im Mittelgewicht erneut gegen seinen Erzrivalen Pascal Kloser. Der IMF-Weltmeister Hans Lackner trifft auf das kroatische Kraftpaket Ivo Chuk. Die Cage Fight Series der Athelbrows am 20. Januar 2018. Untertitelung des ZDF für funk, 2017